Gemeinsam sind wir stark! Okay, muss ich damit genau treffen, oder hat das wieder so ein Auto-Aim drin wie mit... Oh, wie hieß da mal der... Oh, wie hieß da mal der Affe? Winston, genau, mit dem Winston. Der hat ja auch irgendwie so ein Zielsucher-Ding, womit er gar nicht richtig anwesieren muss. Der trifft einfach so schon. Ist das mit ihr eigentlich genauso? Ich weiß nicht, das ist meine erste Runde mit Taya. Ich werde wahrscheinlich... sehr hart auf die Fresse bekommen. Sehr hart. Hallo. Ich weiß nicht, warum. Ich mag den Skin irgendwie nicht so... Aber das ist der einzige Legendary-Skin, den ich für sie habe. oder eigentlich generell der einzige Skin. Und das normale Ding ist eigentlich auch nicht so, das wahre. Da komm, let's go! Okay, Diva will... Ich wollte eigentlich Diva das Schild geben, weil sie pushen will. So wie es aussieht. Ne, ich denke mal, ich muss genau drauf halten. Oh, die drückt aber Damage! Lol! Okay, reingehen ist... Okay, das war mein Fehler. Ich hab einen eben auf Rotog fixiert. Das war echt mein Fehler. Also das habe ich echt beschissen gespielt. Ich werde jetzt mal ein bisschen aufpassen, wie ich das mache. Was ist das eigentlich? Ach, da gebe ich mir selber ein Schild. Uh, das geht ja auch noch. Okay. Oh, nö, 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 Gegner! Oh, die Gegner könnte man mit dem Charakter umgehen, und ich nee, ich das kacke. Und das Ding hat eine geringe Reichweite. Das ist natürlich... das ist natürlich Premium. Das ist natürlich Premium, Alter. Nice Komm her, Hansu, ich mach die Dschungel Alter, ich will auf alles Ich mach dich Hab dich gemacht, ey Okay, meine Schilder sind voll Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück Jetzt Rip, rip Was, du legst noch? Oh, komm, zieh dich einfach Geh doch Boah, das war knapp Ich mach mich trotzdem ein Egal, ob mich gerade Senyata gehalten hat Ich brauch das einfach Okay, nötig, ist cool Ich kümmer dich unterziehen Ich warte kurz, warte kurz Ich will Hansu, ich will Hansu, wo ist Hansu? Das Ziel gehört mir Lasst uns rasch handeln Rasch handeln Hör wun, Meister Hör wun, Meister Hör wun zum Ziel Und, ich wusste, da kommt einer Los, pushen Denkst du, hast du Schimpf's gemisch, oder was? Ich mach dich Ich mach dich einfach, Mann Guck mal, habt ihr gesehen, wie ich den gemacht hab? Mein Leben Das war, ähm, scheiße knapp Ich sollte ein bisschen mehr aufpassen Oh, oh Oh, oh, oh Ich find's gut, dass wir die Ulti so ein bisschen genervt haben Weil ich kann, ich, ich weiß noch In der Beta war das, glaub ich, dass die scheiße stark war Also, wenn du die gehört hattest, wusstest du eigentlich sonst immer in der Beta, dass du tot bist Ich find's gut, dass wir die genervt haben Okay Okay So, wie ging nochmal ihre Ulti? Achso, schießen die Babel und die saugt alle an Interessant Oh mein Gott Ist der Genji tot? Ne, der lebt, glaub ich, noch Alter, ist doch knapp War von der Seite was gesehen? Abborn, kraser, was? Was? Was für'n Ding? Geh mal stehen! Verdammt, er kann klettern Schwer, Schachmarkt gesetzt Ich bin nicht hergekommen Ich, 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 ich wollte einfach nicht gerade reingehen, okay? Ich wollte einfach nicht Oh, triffst du etwa nicht? Oh, das tut mir leid Das tut mir aber jetzt leid Oh Gott, da ist der Klauptok von hinten gerade Oh, fuck! Na ach, der Kill-Trick, alter, was? Was? Alter Da hat mich echt seinen scheißen Huck gekillt Ding tot Ich nenn's immer Bitch-Schlepp Wenn man jemanden mit dem Haken tötet Das nenn ich immer Bitch-Schlepp Ich weiß auch nicht Das ist einfach so Wirfst den Haken hin Bitch tot Fuck, man, alter Da hätt ich mich echt so ein bisschen Okay, das ging aber noch Wie macht die das? LOL Oh Ich hasse Hanse, Alter Ich hasse ihn einfach Ich hasse ihn einfach Aber ich weiß, dass ich jetzt rausgefunden Dass man noch mit L2 so ne Kugel schießen kann Interessant Haut das, die geht dann auch wieder zurück Also gibt das auch so ein Knockback Dass die geht dann wieder zurück Fliegt nicht sehr cool Ich greife das Ziel an Schließt ruhig mir an Dadurch kann ich aber schon mal auf weitere Distanz angreifen Das ist cool Abkühlung, was, wo? Roll Gehtnerische Abkühlung Fuck Alter Ich stand da mittendrin Ich stand direkt davon Hab das Ding nicht gesehen, Alter Hört sich mich verarschen, Alter Manchmal bin ich echt blind Einfach nur blind Kannst du nicht sagen Einfach nur fucking blind Alter, wie hab ich das Ding nicht gesehen, Mann? No, das Ding, der Oma nennt mich wie ein bisschen an Triforce aus Zelda Auch nur so ein bisschen Was willst du, Alter, verzieh dich Was ist wohl, Jeff, bleib weg Geht mir nicht alle auf den Sack, okay Ich hab ihn gehört Ich hab seine fetten Schritte direkt hinter mir gehört Ah, ich bin weit gekommen in mein Lowlife Sehr weit gekommen Ich hab genau mein Schild dann benutzt, wo er nachladen musste Ja Da hat er mein Schild natürlich ne Menge gebracht Ich weiß nicht, warum Ich hab das Gefühl, es soll verlieren Und das ist jetzt nicht nur meine Schild, okay? Hast irgendwas, okay Ich hol die einfach mal rein Ehe, da hab ich ein bisschen Damage gedrückt Das ist, denkmal, was ist Mensch, dann nimmt sie dich Mensch, geh doch mal weg hier Ich überlebt gerade ganz schön lange Boah Alter Hier, groß, geh vor Oh, das ist scheiße Wirklich? Warte mal Da Du kleiner Splasher, versteckst du dich da an der Seite Oder was, denkst du, ich hab die nicht gesehen Oder was? Ich schaffst Mei Irgendwie verstecken sich die Kinder ganz schön gerade in der Ecke, ne? Die Mei gerade und dann noch, äh, Genji gerade Komisch Achso Hier kriegst du Ball über, obwohl es komplett useless ist Holy shit Ich schieße jetzt einfach mal wieder zurück, wenn die Frau wollen Einfach, wer es kann Rap Mensch Mei, das geht Hier, da kommt so Bubble Bam Nix getroffen, nice Oh, wir haben gewonnen Nice 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 Highlight des Spiels Für ne Sekunde dachte ich, dass ich das wäre Aber die hat noch ein Skin Ja, die hat abgeräumt Ja, den Cent abgeräumt Ich würde dann sagen, dann sehen wir uns, ähm, äh, wie nehm ich den? Ich nehm einfach den Highlight, immer den Highlight, ich weiß auch nicht warum Ich würde sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Folge und bis dann noch dran Auf Wiedersehen, tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal.